Wir haben euch einen Aufruhrsang von links in die Info-Anlage, denn hinter euch kommen noch viele. Ansonsten, John, danke sehr. Sollt ihr die Damen von der Stadt Frankfurt nicht vorhin interviewt haben? Ja, hier. Habt ihr euch jetzt gekannt? Ihr seht aber auch die Spiele noch für die T-Shirts unterwegs sind, ne? Super. Nur noch dünn gesät. Ja, ja. Ich muss mal Hinweis an die Ordnung, in den Durchgängen, bitte dafür sorgen, dass dort niemand im Durchgang stehen bleibt, oder sich hinlegt, dass die Durchgänge frei bleiben. Bitte an die Ordnung vom AX, dass die Durchgänge frei bleiben. Ja, das ist ein großer Durchgang. Danke schön. Jetzt füllt sich hier die Straße vor dem Ziel, und hinter dem Ziel, ja, weiter laufe, locker weiter laufe, auslaufe. Das ist die Gewisse, ganz wichtig. Und wir begrüßen die nächsten Finisher hier im Ziel. Beim größten Champion-Wall-Programm-Challenge auch. Das ist klar. Das ist der Nächste. So, wir haben uns größten Aufwand statt, und ihr seid ja bei, ihr seid im Ziel. Er ist die V-Bund-Frau, und das ist euer Applaus, weil es kommt die Gäste. Ja, alles, gut, Spaß, das ist der Nächste. Wir haben das Spielkommel. Locker, aus dem Job, kommt der Job. Ja, das ist der Nächste. Wir haben von der Händezeiten, den Wunsch halten. Wir dürfen den kurz anhalten, aber ansonsten, wir hätten das Ziel, du willst nochmal Gas geben oder beschleunigen, wenn ihr heute noch ein bisschen schlängert euch durch. Dahin ist jetzt noch viel Platz. Wer als erster jetzt hinten rechts abliegt, der bekommt dann auch noch was Kühnes zu trinken. bei uns kommt Kulker da noch. Weil die laufen zusammen, weil die haben ja auch schon Ballon. Wir haben den Skala-Pita-Ballon. Also, wenn wir dann auch mit Dr. Johnson hier wieder ziemlich viel bleiben, wenn ihr euch kommt noch vor einem Jahr. Heute kriegt die Frau und Zeit. Es ist noch nicht ganz die Hälfte im Ziel. Ihr seid noch im vorderen Dritten unterwegs. Wir dürfen noch ein bisschen weiter joggen. Also, locker, hinter, ziehen, weiter auslaufen. Guck mal, diesen Leib. Damit es nicht eingeschoben wird. Wenn wir Pause brauchen, links hinter, ziehen, abbiegen, dann ein guter Streifen. Man kann aber kurz geläxen. Draht aus, geht dann direkt weiter zu. Halt, zieh, holz. Rechts abbiegen ist dann Alte Hofer und Herz. Weiß, hier ist er auf das ohne Kreuz. Ja, das ist ein schöner Winter. Die Hände nach oben, zieh, holz. Und auch ein grünes Streifen, ihr habt heute hinter, zieh. Ihr könnt, ansonsten locker, weiter joggen, auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Ja, ich habe ihn gesehen. Endlich erschienen wir es. So, hinter, ziehen wir da ein bisschen weiter joggen ruhig. Locker auslaufen. Jawohl, genau. Mit erhoben, Endlich, ziehen Augen, das ist perfekt. Das macht auch gute Bilder. Wir müssen ja lächeln und erhoben, der Endlich spielt. Und wir alle locker weiter joggen, das ist hinten. Wenn ich kann nicht sagen, hinter euch ist es sehr voll. Ich hoffe, ich habe es mir auch immer noch hoch. Also, weiter joggen. Wir müssen noch mal ein bisschen weiter verbringen. Denn hinten kommen sehr viele in der Ecke. Nein. Hier sehen wir uns. Jetzt sind wir noch vor. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Wuhuuu! 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 Wir haben es geschafft. Geradeaus warten die Party-Points. Der Anzeige oben ins Rechtsland. Und links, falls ihr es braucht, das Rote Kreuz. Wenn ihr kurz auf heute Morgen könnt ihr nichts aus dem Windstreifen abbiegen. Aber ansonsten weiter joggen. Locker weiter joggen. Das ist richtig. Locker bis Ziel joggen und weiter laufen. Wuhuuu! Wir haben es geschafft. 29 Minuten, 10 Sekunden! Jawel! Wuhuuu! 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 Wuhuuu!